Willkommen auf Gardebusch Zoo. Ich rufe mal in die Stadt rein. Das ist aber erst mal drüber. Ah, drüber halt mal irgendwas. Die Straße. Gardebusch begrüßt uns mit Reihenhäusern. Im Plattenbaustil. Wo ist denn hier eine Gastwirtschaft? Links könnten wir natürlich nach Herzenburg und so. Aber lassen wir doch mal ins Zentrum gucken. Hier sind Reihenhäuser. Ganz so weit kommt die Kamera doch nicht schwenken. Gewerbe so ein bisschen hier. Das ist der Wittenburg. Da waren wir heute auch schon. Und die halten wir mal ganz artig an. Schloss und Museum, da gibt es ja meistens immer Gaststätte. Da gibt es eine Gaststätte Klönstütz. Zweiterex. Oh, lassen wir erst mal. Oder was? Ja, ja. Lass mal in die Stadt gucken. Jetzt fangen sie uns hier gleich ab und machen uns besoffen. Morgen. Gardebusch kommen wir auch nicht jeden Tag hin. Hier rechts ist der Grieche. Sie musste auch noch in der EU mit der Zeke anbieten. Ja, ja. Hier ist der Weg oben. Kaffee Eiszeit ist hier heiße Waffe. Hier geht es auch nach Lübeck. Das ist erstmal Zentrum. Hier fahr ich ja gleich nach der Grenze, wenn man hier mal so einen Flohmarkt fängt. Da fahr ich dann auch. Dann lass ich mal da oben hochfahren. Boah, das spürt man. Hier geht was zu essen. Das ist der Markt da oben. Was machen wir nur? Drehen wir um? Von da oben wieder zurück. Das ist so nötig aus. Hier links ist die Kirche. 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 Halt der Bahn! Ob wir den finden, da ist er, Bahnhof ist er auf jeden Fall. Da ist auch schon eine Bahnstranke geworden. Warte mal, Station Burgsee-Restaurant. Genau, willst du hier anhalten? Ja, aber das ist ja irgendwie. Das ist die nächste Bahn. Haben Sie heute auf? Mach mal zu, hier ist ja nix los. Ne, ne? Ne. Du wuchst von dem anderen Bahn. Sieht ja nobel aus, ne? Ne, aber wir könnten ja die ersten sein. Hinten ist aber Licht. Öffnungszeiten steht dran. Montags bis Freitags ab 14 Uhr. Mittwochs, Samstag und Sonntags ab 11 Uhr. Ja, ist auf. Ja, da mal hin. Du musst da hinten den Parkplatz, ne? Ja, wir parken da hinten. Da gehen auch welche rein. Lass mal rein. Wir parken los. Ja, wir können hier parken, genau. Nicht, dass die Schranke noch zugeht, wenn wir nicht bezahlen. Und tschüss. Erstmal. So, geht los. Jetzt haben wir erstmal Kaffee getrunken hier am Bahnhof. Das war auch sehr nett. Kann man empfehlen, ne? Ja. Kann man doch empfehlen. Das wollen wir auch. Dann kommen wir auch nochmal wieder. Selbstgemachte Torte. Ja. Muss da mal gut schmecken. Sollte man auch rechts noch fahren können, ne? Lass uns mal da rechts reinfahren. Oh, ich glaub ja. Ganz neues Entdecken. Da, ich fahre. Ja, genau. Ja, genau. Müssen wir jetzt aber rechts rum. Da fahren wir ein bisschen rechts rum. Zur Not drehen wir wieder um. Wo wir da hinten hinkommen, wissen wir nicht. Auch am Hebel noch nicht. Hier ist der Kreml. Ja, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. In Gorbi oder wie der heißt. Guck mal da die Bäume. Ja. Hübschen. Ne, das sind alles kleine, ne? Wo geht's gerade aus jetzt? Da rät's doch Polizei. Mühleneichsen. Mühleneichsen, da wollen wir nicht hin. Ne. Wir drehen hier rum. Hier rum. Mühleneichsen. Ja, die Sonne kann man ganz gut als Richtschnur nehmen. Denn wir sind ja Wessis und wir wollen wieder investen. Und es ist nachmittags. Und wie scheint die Sonne. Kann man zum Witz. Ach, das kann ich dir doch selber wissen. Ja. Guck mal da hinten kommt die Sonne raus. Wollen wir nur da längs fahren. Und morgens müssen wir dann andere Richtung nehmen. Und guck mal. Jetzt haben wir da schon Richtung Lübeck oder so. Ja, Bahnhofscafé. Sehr schön. Auch die Lokomotive da drin, das war ja klasse. Das wäre ja was für die Kinder. Ja, das wäre was, ne? Und dann fahren wir gar nicht mehr durch die Hauptstadt hin und durch. Durch die Altstadt nicht. Oder sowas. Dann fahren wir ja nicht mehr nach Restaurants. Ne, da sind wir erstmal abgefährt. Da sind noch Reihenhäuser. Irgendwo will man ja leben. Oh, da muss man den Berg hochklettern. Dahinten geht aber den Berg hochklettern. Mein lieber Mann. Was haben sie hier denn noch so ein bisschen Einfamilien? Also so kleinbürgerliche Häuser. Kleingelden. So, schauen wir mal, wie das so reitet einige. Das ist nicht mehr mitzusehen. Nö, das ist nicht mehr drauf. Aber Pferde werden ja auch immer weniger, weil sie die Wursten brauchen. So, das war Gardebusch. Wir fahren links rum, ne? Ja. Warte. Ja. Wir locken aber hier. Da haben alle Pferde drin da hinten. Die Hände da. Oder die Berliner. Nö, ne? Nein. Lassen wir. Gut.